Ok. Wird du noch dabei? Ah, eindeutig. Molly? Ja, das ist... Ja. Ich bin nicht Stopp, sondern ein anderes Wort. Das sagt Benjamin dann schon. Ja. Das ist doch nur das kleine Teil. Der kleine Teil. So. Das müssen wir noch eine Runde machen. Ich wollte es nicht. Machen wir noch eine Runde? Ja. Machen wir noch eine Runde. Ja. Wir haben Zeit. Wer mehr Platz braucht. No, die Haro. Es wird bestimmt interessant, wenn ich hier mal zeichnen kann. Ähm. Ähm. beim es ist nicht nagel doch nichts in der richtung ich hab das nicht gehört das war doch offensichtlich sogar noch ich habe es gerade so laut gesagt und dann eingegeben ja was ich bin dran warum ist da immer noch kein wort von uns die chance ist halt sehr gering so viel wird jetzt geht es ja das ist schon gut schon mal richtig du hast du richtig was du bist ja letzte sekunde ich finde es sei Es kann sein, dass ich das nicht hinkriege, aber wir lassen uns mal überraschen. Ja, natürlich, es ist ein Stein. Sieht man doch. Ja, das ist was. Was sind Elementen drin? Das ist auf jeden Fall Kaffee, aber es ist schon... Ah. Ein Hinten-Dunsel. Okay. Okay, vielleicht zum Größenvergleich. Hier mal noch eine Wasserflasche. Es ist eine Art von Kaffee. Ah, klar. Ah. Er hat's noch. Er hat's noch. Das waren noch die Dinger in den sehr kleinen Tassen, oder? Ja, das ist ein Wasser. Kein Ton. Wenn man die Leute normalerweise so ganz schön darf oder Wasser... Ja. Da muss man zumindest dazu. Das ist schon wieder Broden. Das ist, glaube ich, die Standort ausgewählte Farbe. Das ist, glaube ich, die Standort ausgewählte Farbe. Was ist denn das für ein blödes Wort? Nicht schlecht. Direkt ein Aspekt dafür. Ach, jetzt muss ich... Was ist denn das für ein blödes Wort? Wie soll man das dann zeichnen? Äh... Oh, danke. Ich bin schon fertig. Mist. Hier. Ist die Farbe dafür relevant? Vergand. Ich bin schon sehr relevant. Und das passt eigentlich auch. Also... Wie soll ich sonst zeichnen? So, hier. Ja. Hm. Hä? Also... Das ist auf jeden Fall ein Fleck auf meinem Bildschirm. Also, das ist auf jeden Fall ein Fleck auf meinem Bildschirm. Ja. Hä? 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 Okay. So... Ein Stückchen. Ah, okay. Hat's gerettet? Ja. 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 Ja gut. Wie soll man sonst noch... Ein paar Löcher hätten noch gewählt. Löcher hätten. Ja. Löcher. Oh mein Gott, was ist das für ein Wort? Okay. Ich nehme dir. Nein. Nein, wo kommt denn jetzt? Wo sind die Geräte? Und? Lamp. Hm. Ja, das war jetzt schlau. Sonst fällt euch das einfach hinkriegen. Übrigens, das Relevante hat noch nicht angefangen, also... Nur mal so nebenbei. Hm. Immer noch nicht. Ich will's ein bisschen rauszögern. Was könnte dann ein Teil sein? Okay, jetzt muss ich... So. Jetzt fang ich damit an, worum's geht. Dann fängst du jetzt erst damit an. Ah, klar. Wie mal man das? Also... So. Dann würde ich noch ein richtig schönes Landschaftsgemälde daraus machen. Und dann erratet ihr einfach die ganze Zeit. Hm. Da wird noch nichts draus. So. Das sieht aus wie eine Hand. Oder eine Pfote. Oh mein Gott, nein! Oh mein Gott, nein! Ähm... Ähm... Oh nein! Ah, die Mutti hat schon gesagt. Ähm, warum das... warum das... Warum das nicht so wieder... Oh Gott! Ich muss mir... Ich muss mir so das Lache verkleiden! Ähm... Tja... Oh mein Gott! War ich das denn? Ja, das war der Hammer jetzt! Jetzt weiß ich, wie das den ganzen Leuten in den Videos immer passiert! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja... Ja... Könnte ich schon... Hm... Ist das nicht schlecht? Hm... Ja... Das... Ja... Komm, kann man auch schon sehen. Ach, verdammt. Götterspeise? Götterspeise, hä? Wie sieht denn bei dir Götterspeise aus? Wir haben einen Quacktepudding. Das hätte ich niemals auf der Götterspeise gesehen. Macht voll Laune. Äh, noch sehr gut. Götter Aufklärtung. Okay, gut. Damit komm klar. Ähm, kurz mal. Also erstmal machen wir den Hintergrund schön hier. Dann... Laus. Dann machen wir hier unten noch... Das hier. Dann kommt hier... Das. Ja. Natürlich hier. Das hier. Das hier. Was ist das? Ich hab doch die Bilder geschrieben. Scheiße. Geld. Scheiße. Ist doch mal. Oh. Oh. Oh, ey. Also es geht um... Es geht um das Ding in der Hand. Hammer. Wie so machst du denn das Ganze drumherum, dieses Gefühl? Die Wurke, dass ich hier mitra... Warum nicht? Ich weiß jetzt, warum nicht? Ja. Ja. Ein Grausch hinten. Mach doch wenigstens Ruppen. Fehl drauf. Das dient es nicht. Was sollte ich gerade? Man macht erstmal die ganze Welt drumherum. Und dann erstmal mit dem, das da hingehört. Ein bisschen Spannung muss man doch auch... Schon wieder mit dem Raum. Auch wenn es doch wieder mit dem Kopf nach hat. Wie haben wir das? Ja. Was. ich dachte gerade am anfang das in dem schlamm oder was auch immer wäre es einfach nur nach an schlamm bist du schon mal der nähe okay ergebnis jetzt aber da ist endlich darauf habe ich gewartet das mal zu die ich Schreiben von Zeug. Und jetzt müsstest du es mal nicht schon wissen. In dieser Frage müssten wir es eigentlich schon wissen. Oh mein Gott, nein! Warum ist das Wort da reingenommen? Warum? Ja, das musst du sein. Ach, warum? Hättest du auch noch mal ein bisschen. Ich hab's bei der Eierschale schon gewusst. Das wird einfach, das war schon der letzte Part drin. Und das wird jetzt auch noch die nächsten Mal. Wenn du willst, wo ich hier irgendwas Irrelevantes machen könnte. Das war's. Die Schweiz. Ja, die Schweiz. Hm. Ja, was ist es zu mir? Die Schweiz ist bitte ohne dich. Oh Gott. Was ist es zu mir? Ich komm nicht drauf. Was denn? Scheiße. Ach, du Scheiße. So ein Cut. Wie gut war das denn? Ich hab's doch schon. Ich hab's doch schon. Ist das kein Mann? Ich hab's doch schon. Das ist ungericht. Was ist denn jetzt? Ja, was hab's? Herzabt! Herzabt! Das sind die Standards wahrscheinlich immer bei vier Buchstaben eingeben. Ich hab's doch. Das ist ein Buchstaben. Nee, passt doch. Äh. Ja. Ich. Das andere Ding, wo du nicht tippen tust. Hm? Lass mir den Tasten. Aus. Kann man doch eine Mauer ziehen. Das Tier. Da merkt man schon wieder die Kontrollenspieler. Ah ja. Ja. Das ist irgendwie ein bisschen blöd. In die Höhlen bauen. So kann man es auch ausdrücken. Das ist kein Hashtag. Irgendwie schon. Äh? Du musst da direkt in die Höhlen denken. Hätt ich dir so in die Höhlen gebaut. So und dann hier so und dann hier so. Ah jetzt. Ding. Ding. Oh mein Gott. Das war doch das Spiel. Das war so. Ja, das ist doch mit den Stöcken drin. Oh mein Gott, das muss jetzt sein. Moment. Moment. Nein, das muss jetzt sein. Oh Gott, das ist von dir. Wir brauchen auch noch blau. Das ist richtig. Scheiße. Moment. Das ist schon wieder passiert. Wir wissen alle worauf es hinausläuft. Nein. Das war nicht. Ja, mach mal. Alles gut. Hm. Nein. Ach ja. So. Die Haare natürlich noch. Noch nicht. Bei der Gelegenheit noch. Das hier. Weißt du, du machst doch irgendwie ein Spielbrett wieder rein. Was? Das mag ich schon. Das zählt nicht. Das geht nicht. Wenn das wieder Hammer sein soll. Nee, ich nehme das nicht. Nein, ist es nicht. Was? Ach so. Ach so. Hä? Ja, die gewisse ist doch nicht. Du musst es sein, oder? Hä? Aber da steht es Ton. Wieso hast du den Ton gekriegt? Ja, der Ton beim Gewitter. Ton! Ja, ja. Ich bin dran. Ach so. Ja, ich bin dran. Vielen Dank. Ja, also. Ich wollte euch getrennt schäumen. Ach, jetzt hab ich was an. Das ist leicht. Oh, sei schon. Okay, da wirst du nie drauf kommen. Ich hab schon mehrere Male Zurube gehabt. Ich dachte, dass ich Stein geschrieben hätte, hätte sich verwehrt. Ich hab den Tund gesehen. Aber hey, Morty, du holst auf. Hey, Morty. Ja. Eine Verlierung. So, ist es 1950. Wollen wir noch eine Runde schaffen, oder? Eine schaffen wir noch, würde ich sagen. Okay. Letzte Runde. Auf geht's. Okay. Okay, aber in die letzte Runde ist es nicht. Ich hab ein Farbämmer. Ich hab ein Farbämmer gebraucht. Ich hab ein Farbämmer gebraucht. Ich hab ein Farb25. Rot plus Weiß. Rot plus Weiß. Rot plus Weiß ist nicht Polen. Na gut, machen wir es ganz einfach. Ja, warum ich nicht? Du schreibst Polen. Rot und Weiß ist wirklich Polen. Molle schreibt ja Polen. Das ist ab jetzt unser neues Planke hier. Das leg ich jetzt fest. Das wird sein, Wally. Ja. Das geht um die Person. Ja, endel dich, endel dich. Das eine ist das. Und das andere ist der. Ach so. Komm, ich hab dir schon. Ja, also. Ja, genau. Manchmal steht man an dieser Schlauch. Hey, sowas sind das verwirrter. Jetzt hat er für mich gegrät. Na, kacke. Wie nennt man das? Ja, das ist ein bestimmter Tisch. Okay, was hab ich hier hier gemacht. Der Arm. Zett? Aus dem sind das nur vier Finger, aber gut. Hä? Ja. Ja, okay. Das hätte jetzt malen. Ich kann eigentlich noch präziser was da was malen. Rezeption Rezeption Habe du noch einen kleinen Block, hätte ich es erkannt. Bis zum nächsten Mal.